ach ja ihr habt keine so gute laune wie ich alles gut aber ich habe einfach nur keinen grund und dabei gerade mitzureden keine ahnung hast du ja kennst du shaggy nein 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 okay ja das sind so leute so leute die 90ern geboren sind die kennen so was oder halt davor die haben das halt mitbekommen aber leute aus den 90ern sind mit den sachen groß geworden und ja du bist nicht aus den 90ern ich weiß soweit war ich auch schon ganz 50 cent sagt mir was ja kennt sie eminem bushido ja ich höre nichts davon ecofresh geto chef junge denn es muss sein köln karkats 4 kommen meine hut rein komm und guck was das heißt um im blog hier zu wohnen und was mit prostitution ok dünn dünn klappt oder 50 cent ist dann so i take you to the candy shop ja genau verlegt das ist jetzt nicht mehr pg 13 hier das war das geräusch was der zombie gerade gemacht hat nur von niemandem nachgemacht der es nicht kann guck mal hier ist doch feuer feuer unterm arsch ja wir wegen keinem baby oder so läuft nicht wahr hier unten drunter ist ja voll das equipment hier ist eine toolbox und lange muss ich gar nicht dass man da sachen noten kann ich dachte nur hinten an der toilette zwei doktor dran sind auch aus wir sind ja ich kann gemeinschaftspraxis doktor untot und doktor zombie als zu reden würde ich jetzt nicht unbedingt gehen ich wollte gerade diesen auf jeden fall gut darin nekrosen zu behandeln abgestorbenes gewebe ist deren fachgebiet ja klar wollen sie die mal ausprobieren es ist keine frage ist standard behandlung bei denen gilt die regel besser abend ab als abend dran tränen vor uns die sind wahrscheinlich auf der rückseite gerade angekommen hier sind auch tränen von uns gleich wieder so ein headshot aus einem mong oder hier im wald ja ich habe gerade auch schon wieder flashbacks bekommen vor uns ja stark der tree ist stock no i am einer brennen und der ist tot ja alter wie geil man die sieht aber die der nacht anzündet hh noch einer irgendwo das ist ja krass man ich zieh den an und der läuft wie so eine leuchtfackel einfach durch den wald und man sieht ihn perfekt wenn es aber nicht wo der letzte ist jetzt gerade das daneben ist man so wie sorry schreit da schießt auf den zombie und ich denke so hey was nein also einer liegt tot hier den habe ich gekämpft der andere da den ich meine ich würde ja mit meiner shot dann anzünden das geht nicht kannst du die folge mit der shot dann anzünden das geht ja mach durch das geht wirklich wo sitzt er denn jetzt wo sitzt da innen drin um die ecke abschließend ich sag ich bin ja an einen headshot kassi dann bin ich das glaube ich jetzt hier vorne am haus weiter hinten jetzt im haus der brennt jetzt sieht man den wieder das ist so gut du siehst perfekt wo er hinläuft das ist so eine leuchtfackel im dunkeln das ist geil das ist ja richtig gut man also allein deswegen wird die runde jetzt schon hochgeladen zwei leute die einfach wie eine fackel in der nacht rumlaufen weil sie brennen man das gut ja also für nacht nacht maps ist das jetzt mein neues lieblings loadout richtig gut so wo sind sie denn ihr habt doch einen hier hinten irgendwo im busch oder so erschossen wir sind zu weit hinten hat der gehabt eine vettelion officer und monsieur hat eine uppercut und eine spark sniper ich nehme mal die uppercut einfach nur wenn da noch was munition drin ist würde ich mir da noch was rausnehmen ach guck mal der hat doch eine sparte hier easy so long ammo ist wieder voll feuer ammo krieg ich da leider nicht wieder so wo ist denn unser boss jetzt hier tja krematorium die klur haben wir aber genommen ja mach mal die hunde noch hier aus wir haben ja eh geschossen hier ist ne toolbox hier ist ne toolbox hier ist ne toolbox hallo hier ist ne toolbox hallo oh shit der zombie ist gedodget ok ich höre hier komische steps gerade das ist aber der armort da vorne also ich war mal die punkte noch da weg ich guck mal gerade noch ins haus hier ob hier noch was special ammo ist oder ich oder war da ein wagen aufm weg ne ich guck einmal kurz ins haus nochmal hier ist special ammo ist ne ne danke ne danke mr und mrs zombie ne leider keine special ammo hier vielleicht noch am balkon ne nur ne normale ammo ne wie jetzt wirklich was laberst du ist ne half ich hab keine wurfmesser muss ich hier hochkommen und die erstmal weg machen ne du rennst einfach weg wenn du jetzt nicht gerade da in der nähe irgendwo bleiben musst kannst du einfach weg laufen hört ihr den boss da sonst brauche ich gar nicht erst kommen dann könnt ihr den clue nehmen und ich geh schon mal weiter ne der ist nicht hier ne noch kurz zu spät das war lauter äh oh man scheiße telefon aber was warte ich hab äh serpent aber wo ist denn der andere boss ah bei chapel ok die kommen nach hier btw die sind in stillwater gerade wär also vielleicht gar nicht mal so schlecht wenn wir vorher den boss schon getötet hätten ja gut ich bin auf dem weg also nehmt mal die clue und dann komm mal schnell genau damit du grad noch den flug erwähnt oder dann mach ich mich schon mal auf dem weg jo ich denk mal dass hier jetzt keiner mehr ist muss ich jetzt einfach hoffen denken wie auch immer ob das bald ich bin hier schon auf dem weg achja könnte ich nämlich mit boost checken ob da sich jemand bewegt ich bin jetzt sowieso im bereich schon ein paar meter noch ein paar meter noch den triggern sowieso alle hier das weiß wir fangen schon mal an ok also ich geh dann jetzt mal ganz schnell runter aber äh wie gesagt wenn ihr auf die map guckt die sind jetzt schon kurz vor der church an dem was an dem wasser da ja 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 ich hoff mich weder da oben rein ne in den oberen teil sonst kriege da nicht mit wenn die gegner kommen oder schrecken ich hab ok erste phase ist vorbei wo ist die nahkampfwaffe wo ist die nahkampfwaffe da aua 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 auf mich zu hauen ok ich muss kurz warten aber ich hab ne nahkampfwaffe jetzt jetzt in der church ihr könnt ja dann schon mal euch hier oben so positionieren dass ihr fighten könnt falls nötig das ich war jetzt getrun ey kollege komm her das geht ja auch kein schaden der du ich habe die explosion gesehen jetzt aber geht doch vielleicht kommt einer hier unten rein und deckt den in wassereingang ich weiß nicht von wo die kommen könnt ihr müsst ihr auch ja von da kommen scheiße ich muss kurz moment warten und dann kann ich ihn finischen ja gerade noch agro oh der ist ein medkit nice oh einer kommt von rechts okay ja es ist rot eine art nur fallen geploppt von da kommt einer ja und wieder ich denke mal dass sie sich im bereich des süden aufweisen gehett schottet habe ich ihn aber glaube das bringt ändert nichts das ist natürlich so blöd dass der kevin oben dann alleine ist ich habe necromancer bist du denn in reichweite die frage dann nein der ist hier vorne perfekt mit der flash kommen wir kommen rein durch den großen einer ist hinter mir am eingang getroffen aber nicht gekillt das war richtig scheiße und der rückseite kommt glaube ich jemand rein da brennt aber gerade alles so ich werde mal gerade oben das schock raus Einfach ein bisschen ein Auto decken können. Kannst du auch ihm? Ja. Er hat auch nicht ein einziges Mal Ammo gedroppt, der Dude hier. Nur zwei Toolboxen und fucking jede Menge fallen und das war's. Einer ist hier am Eingang, also einer ist ganz im Westen, einer im Süden und einer hier im Norden am Eingang. Oder neben dem Eingang, wirklich am Eingang ist der auch nicht. Er im Süden weiter hinten, er links im Süden, er rechts, kannst du mir's genau sagen, weil dann weiß ich, ob ich hier raus pushen kann. Kann ich nicht genau sagen. Fuck, ich hab mich selbst geflasht. Ihn zwar auch, aber auch mich. Das war ne Neidro bei dir, ne? Ja, das ist der mit der Neidro. Ja, bei dir. Macht's halt. Ja, sehr gut. Mann, scheiße. Ja, ich komm zu dir jetzt rüber. Ja, dann geh ich mal auf die andere Bounty aufnehmen. Wenn du den gerade kurz hier bist. Oh, der ist direkt hier vorne. Oh, what? Auf der Rampe. Fuck. Was weinen. Hier kommt einer aus dem Matsch. Ja, der ist immer noch da oben. Letzter Shotgunschuss. Fuck man, der ist schnell leer. Na gut, wir haben ja eben schon gefeitet. Hm. Oh. Hit. Und Headshot. Wir haben beide an dem Loch gepiekt. Prestige 100. Okay. Die werden wohl jetzt rein pushen. Ja. Ja. Die sind beide hinten die kleine Treppe runtergelaufen. Ja, gut. So viel dazu. Das war's dann wohl. Seine Marcello haut jetzt einen raus. Marcello haut jetzt einen raus. Du musst jetzt proaktiv spielen, sonst kommen die gleich einfach und pushen dich zusammen. Guck die Rampe hoch, falls da keiner ist, kannst du mich aufheben. Ja, da ist aber einer. Ja, aber dann schieß doch zurück auch. Und hebt er dir auf. Oder hebt mich auf. Das ist wie hinter mir. Oben ist der gewesen. Oh. Bock dich hin und heb dich auf einfach. So, dass du Deckung hast. Ja. Ja, Crown and King, der ist ein Aufzug runter. Warum? Ja. 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 Ja.